Wenn der Winter naht, steigt die Vorfreude auf ein gemütliches Kaminfeuer. Doch was viele nicht bedenken, mit dem Brennholz können auch ungebetene Gäste in Form von Schädlingen ins Haus kommen. Diese Insekten und Tiere nisten sich im Holz ein und gelangen oft unbemerkt ins Wohnzimmer. Welche Schädlinge dabei am häufigsten eingeschleppt werden und wie man sich davor schützen kann, erfährst du in diesem Video. Holzwespen sind zwar für den Menschen harmlos, können aber in der Wohnung für Aufregung sorgen. Diese Insekten legen ihre Eier in Totholz ab. Wenn das befallene Holz ins Haus gebracht wird, kann es vorkommen, dass die Larven im warmen Raumklima schlüpfen. Holzwespen erkennen sie an ihrem langen, schlanken Körper und den charakteristischen Flügeln. Sie sind zwar kein direkter Holzschädling, doch ihr Auftauchen in der Wohnung kann unangenehm sein. Holzkäfer wie der Hausbock oder der Nagekäfer sind gefüchtete Schädlinge, die das Holz massiv beschädigen können. Insbesondere der Hausbock hat sich auf Nadelholz spezialisiert und kann immense Schäden in Dachstühlen oder Holzstrukturen anrichten. Die Larven dieser Käfer bohren sich tief ins Holz, was es schwer macht, sie frühzeitig zu entdecken. Auch Brennholz kann von diesen Käfern befallen sein und wenn es ins Haus gebracht wird, können sich die Käferlarven in weiteres unbehandeltes Holz im Wohnbereich ausbreiten. Holzameisen sind häufig in Brennholz anzutreffen, insbesondere wenn das Holz lange Zeit im Freien lagert. Diese Ameisenarten nisten sich in morschem Holz ein und bauen dort ihre Kolonien. Wenn solches Holz ins Haus gelangt, können die Ameisen versuchen, sich einen neuen Nistblatt zu suchen. Auch wenn sie das Holz selbst nicht zerstören, sind Holzameisen ein unliebsamer Mitbewohner, der nur schwer wieder aus dem Haus zu vertreiben ist. Termiten sind in Mitteleuropa selten, aber in südlichen Regionen und tropischen Ländern stellen sie ein ernsthaftes Problem dar. Diese Schädlinge fressen Holz von innen heraus und können ganze Gebäudestrukturen zerstören. Wer Holz aus anderen Ländern importiert, sollte besonders vorsichtig sein, um Termiten nicht unwissentlich ins Haus zu holen. Neben Insekten wie Käfern und Wespen finden auch kleinere Tiere wie Spinnen und Milben oft Unterschlupf im Brennholz. Besonders bei feuchtem Holz sind Milben nicht selten, die sich dann in der Wohnung schnell ausbreiten können. Auch Spinnen, die im Freien harmlos erscheinen, können im Haus für Unruhe sorgen. Zwar sind sie keine direkten Schädlinge, doch ihr Auftreten wird von vielen Menschen als unangenehm empfunden. Um das Risiko eines Schädlingsbefalls zu verringern, ist es wichtig, einige Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Zunächst sollte Brennholz stets im Freien gelagert werden, an einem gut durchlüfteten Ort, der vor Regen geschützt ist. Dabei sollte das Holz nicht direkt auf dem Boden liegen, da es sonst Feuchtigkeit aufnehmen kann, was Schädlinge anzieht. Morsches oder beschädigtes Holz sollten Sie unbedingt vermeiden, da es besonders anfällig für den Befall von Insekten ist. Wird solches Holz ins Haus gebracht, steigt die Gefahr, dass sich Schädlinge ausbreiten. Ein weiterer Tipp ist, das Holz erst kurz vor dem Verbrennen ins Haus zu holen. Je kürzer das Holz im Innenbereich gelagert wird, desto geringer ist das Risiko, dass sich Schädlinge im warmen Raumklima aktivieren. Es empfiehlt sich daher, nur so viel Holz ins Haus zu holen, wie in den nächsten Tagen verbrannt wird. Zusätzlich sollten Sie das Holz vor dem Einbringen gründlich auf mögliche Anzeichen von Schädlingsbefall kontrollieren. Kleine Löcher oder Holzmehl können auf Holzkäfer oder andere Insekten hinweisen. Wer diese Vorsichtsmaßnahmen beachtet, kann die Gefahr, Schädlinge mit dem Brennholz ins Haus zu bringen, deutlich verringern. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie du deinen Garten Herbst fit machst, dann schau dir noch dieses Video an.